Fender Scheiße, es hat mich zu gut gemacht. Gang, Gang. Und wir machen jetzt ein Kup-Kup. Jetzt wird's hier erstmal. Alles was ich brauch ist meine Gang, meine Gang. Keiner kennt mich besser als meine Kup-Kup-Kup. Mit die Hände in die Luft. Bang, bang. Ja ma, ihr lohnt es kurz. Buckelwahlhaut, Alter. Buckelwahlhaut. Das ist am schwersten. Buckelwahlhaut. Ähm. Büro. Ähm. Ist das der RE7B? Alex? Alter, das muss ich mir richtig interessieren. Weil er genau so aussieht. Ja. Geil, Alter. Warum? Ich finde den einfach nur geil. Ich finde, der hat alles. Also in den, ähm. Wenn die Stunt drin hat er immer alles. Hat er Traktion, also Grip. Hat er Beschleunigung. Hat er Tempo. Alles das Herz mit dir hat. Deswegen. Ich finde der ist hässlich. Ja, ist er auch. Aber er ist halt... Warum hast du ihn denn gekauft, wenn er hässlich ist? Also das muss man jetzt nicht verstehen, aber... Er sieht aus wie ein Brett mit Pickel. Okay. Alles klar. Alles klar, wahrscheinlich. Guck dir das Auto mal an. Das ist... Kann sein, ey. Wirf die Hände in die Lok. Bang. Bang. Weil er ja gut, äh... Gut fahren kann. Ja, deswegen meine ich ja auch. Oh Mann, wie bekomme ich denn jetzt schnell Geld? Ich hab ihn jetzt mal ein. Das ist温, warum sind wir so nett in die Hände? Hallo, 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 hallo ... Doha Ja, morgen kommt FIFA Ich hab mir überlegt, ich hau noch mal ein großes Pack-Opening raus Deswegen hatte ich hier auch gefragt Ich hatte entweder geguckt, ob ich Ronaldo kaufe Aber ich dachte, Ronaldo wären nur 300-400k Aber der kostet 500k Und ich würde 500k bekommen Und dann dachte ich so, nee Lass ich mal Dann hab ich mir ein gutes Team um den gebaut Jan? Ja Okay Digga, ich weiß nicht mehr, wie man das macht Was denn? Ich will mir Sachen kaufen Aha Gut, ich brauch 6000 Gut, wir machen ein paar Rennen Schoko-Keks Nicht verfügbar, solange du im Berufsstuhl sitzt Wirf die Hände in die Luft Bang, bang Ähm, Moment Ähm, lädst du ein? Ja, mach ich Markiert Stunt rennen Oh, es gibt noch ein Stunt rennen Aber, ach nee, das sind, nee, noch nicht Alles klar Alles klar Alles klar Alex rastet wieder richtig aus Zerstört einfach mein ganzes Gebäude Ich würde Ich würde Ich würde Ich würde